Über Mindestlohn zu sprechen, ist für mich eine Schande für einen Unternehmer. Denn eine Näherin einzustellen, die nicht mal Mindestlohn kriegt, was will ich von der erwarten, dass die Leistung bringt, wenn sie sich selbst nicht ernähren kann? Wir haben immer schon gesagt, Mindestlohn interessiert uns nicht. Wer nicht mehr Leistung bringt als im Mindestlohn, der kriegt keinen Arbeitsplatz.